was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start und im heutigen video gibt es endlich das lange angekündigte faq video was ich ungefähr glaube ich schon vor zwei wochen angekündigt habe und ich kam halt einfach nicht eher dazu dieses video für euch fertig zu machen doch bevor ich jetzt auf die fragen von euch eingehe ist sind ziemlich viele fragen von euch gekommen ich kann aber halt leider nur einen kleinen teil der fragen dran nehmen da das video sonst überlänge hat oder so einen scheiß und von daher habe ich einfach mal die ich am interessantesten fand die fragen die habe ich jetzt einfach mal ausgepickt und bevor wir jetzt auf die fragen eingehen beziehungsweise bevor ich diese beantworten werde möchte ich noch auf zwei drei sachen eingehen zum ersten es tut mir wirklich leid dass das video so lange gedauert hat bis es online kam ich habe es vergessen es kam immer zu viele krasse sachen ähm neue reihen so die ich euch vorher zeigen wollte und ganz wichtig leute das ist nicht das 3000 abonnenten special wie vielleicht viele von euch denken im 3000 abonnenten special werde ich unlock all accounts verlosen ich denke dieses special wird dann am wochenende kommen so im hintergrund seht ihr gameplay welches alle meine glitches sind die ich in den letzten ich würde sagen zwei monaten oder so selber herausgefunden habe da irgend so ein kackvogel behauptet hätte ich würde gta vernachlässigen und keinen guten gta 5 content bringen und von daher seht ihr ja gerade hier im hintergrund leute was ich alles in den letzten wochen und monaten gefunden habe und ganz ehrlich leute sagt mir eine person die mehr und krasseren scheiß in der deutschen szene rausfindet als ich oder meine kollegen da gibt es einfach keinen so und von daher finde ich das eine frechheit mir sowas zu unterstellen und von daher würde ich jetzt sagen fangen wir jetzt aber auch endlich einfach mal mit den fragen an und die erste frage kommt vom afg infinity ich hoffe ich habe jetzt deinen namen richtig ausgesprochen du wirst mich bestimmt gleich unten in den kommentaren zerreißen weil ich deinen namen falsch ausgesprochen habe das tut mir aber wirklich auf jeden fall richtig doll leid dass ich den jetzt hier falsch ausgesprochen habe die erste frage von ihm ist was ist deine lieblingsserie ich habe ziemlich viele lieblingsserien die ich gerne gucke zum beispiel habe ich immer gerne prison break geguckt die serie ist aber allerdings abgeschlossen und da habe ich jede folge und auch jeden film zugesehen aktuell gucke ich serien wie arrow gerne oder was ich auch gerne gucke ist die serie flash die läuft glaube ich auf pro 7 und das ist auch so eine superhelden serie über den superheld flash die feiere ich richtig stark und was ich auch in den letzten tagen noch geguckt habe ist die serie shameless das ist so eine serie über eine asoziale ghetto familie aus chicago in amerika die sich täglich aufs neue durch das straßenleben durchkämpfen muss um zu überleben und diese serie feiere ich wirklich auch über krass geil da habe ich jetzt auch glaube ich die fünfte staffel von fertig geguckt in der letzten woche und ich warte wirklich sehnlich darauf dass die sechste staffel in deutschland davon anläuft ich habe keinen plan wann die rauskommt oder so auf jeden fall darauf darüber würde ich mich riesig freuen wenn dort dann die sechste staffel rauskommt und ich endlich weiter gucken kann bzw ich herausfinde wie es in der serie weitergeht die zweite frage ist was sind deine persönlichen wünsche an content in gta 5 der noch in zukünftigen dlcs hinzugefügt werden soll und da muss ich ganz klar sagen ich würde mich riesig über neue banküberfälle freuen weil ich habe die heißt einfach richtig geliebt ich habe jeden banküberfall bestimmt 10 15 mal durchgezockt wir haben abends immer so im mai juni bereich haben wir mit kumpels immer jeden abend dran gesessen und einfach just for fun banküberfälle gespielt es war scheiß egal wie viel geld man oder so bekommen hat es hat einfach fun gemacht mit kumpels zu labern während man diese banküberfälle gezockt hat und die waren wirklich richtig geil selbst jetzt ab und an zocke ich so ein banküberfall wirklich noch einfach just for fun noch richtig gerne weil das macht einfach wirklich richtig viel spaß und deine dritte frage ist wann denkst du erscheint gta 6 und wo in welcher stadt würdest du es dir wünschen ich gehe davon aus dass wir so schnell leider kein gta 6 bekommen werden denn gta 5 ist vor zwei jahren auf den markt gekommen und vor einem jahr ist gta 5 dann auch auf den next gen konsolen erschienen und in diesem jahr ist gta 5 erst auf dem pc erschienen und von daher gehe ich mal so damit aus dass wir vielleicht 2018 oder 2019 in drei vier jahren mit einem gta 6 rechnen können ich würde es aber sofort feiern wenn gta 6 schon 2016 oder so also sprich nächstes jahr rauskommen würde ich denke das wird aber nicht passieren und in welcher stadt es gern spielen sollte da würde ich wirklich richtig feiern wenn es mal was total neues geben würde werden schon zum beispiel new york und solche städte aber sowas richtig geil wäre wäre zum beispiel mal berlin oder so ein scheiß wird aber denke ich mal nie passieren es wird denke ich mal immer in amerika bleiben es war gab ja glaube ich nur eine ausnahme die in europa gespielt haben das war irgendein gta ganz am anfang ich glaube gta 2 welches in london gespielt hat also in england aber ich gehe davon aus irgendwie gta 6 spielt in white city beziehungsweise dann in miami die nächste frage kommt von x the revolution habe ich jetzt wenigstens richtig ausgesprochen und erfragt was hörst du für musik ich höre ziemlich viel musik allerdings muss ich sagen dass ich fast nur hip hop höre und genauer gesagt deutschen hip hop ich bin damals mit agro berlin aufgewachsen also ich höre auch noch ziemlich viel musik von damals sprich sido bushido aber auch flair den ich im übrigen richtig doll feiert den habe ich schon damals immer gefeiert hier neue deutsche welle zeiten oder so meine güte das ist schon ungefähr zehn jahre her und so ist es dann halt auch die ganze zeit bei mir geblieben ich höre viel deutschen hip hop und meistens halt diesen berliner rap weil ich halt mit agro aufgewachsen bin ich höre ziemlich viel bushido sido wie tight oder auch so untergrund zeug wie orgasmus frauenarzt und solche scheiße halt und das feiere ich auf jeden fall richtig krass die dritte frage kommt von german player und er fragt wer ist dein lieblings youtuber und was ist dein lieblings spiel also ich glaube lieblings spiel das wisst ihr alle selber das ist definitiv gta 5 und dann halt auch noch fifa weil ich bin riesengroßer fußballfan ich denke das wissen die meisten von euch auch mittlerweile und wer meine lieblings youtuber sind da gibt es wirklich richtig viele ich gucke einmal viele gta youtuber und auf der anderen seite aber auch viele fifa youtuber auf der fifa seite sind es leute wie fifa goals united oder viel fifa die ich sehr sehr oft schaue oder auch zum beispiel finjas fifa und lions so und auf der gta seite da gucke ich erst mal alle meine kumpels gerne ich denke mal ihr wisst wer alles so meine kumpels sind die sind auch in meiner abobox alle auf der startseite von meinem kanal verlinkt ich denke das wisst ihr alles wer da so meine kumpels sind ich gucke da im i cry mix gucke ich zum beispiel gerne fraps matrix und solche leute die feiere ich wirklich über krass geil dann gucke ich free train what the fudge richtig geil der typ findet nicht nur die krassesten glitches sondern der er entertaint mich auch wirklich über krass was er da so für eine scheiße jeden tag raus bringt so er bringt auch täglichen content raus und auf jeden fall das sind so die youtuber dich am meisten feiere dann gibt es noch standard skill mit dem bin ich damals zu youtube gekommen das war der kanal den ich als allererstes abonniert habe ganz am anfang von gta 5 auf der playstation 3 noch schade dass standard skill aufgehört hat so wenn er wieder anfangen würde ich würde direkt alle seine videos wieder gucken und ihn auch weiter verfolgen ich habe ihn auch weiter abonniert man weiß ja nie vielleicht kommt er irgendwann wieder auf jeden fall das waren meine lieblings youtuber so und wenn mir halt irgendwie sonst noch ein video auf youtube gefällt dann kriegt es auf jeden fall auch von mir einen daumen nach oben oder ich abonniere den kanal dann ganz einfach die nächste frage kommt von manuel pfeiffer eigentlich mein namen den ich denke ich mal hier richtig ausspreche der wirklich leicht ist und zwar fragt er machst du eigentlich noch die zehn millionen dollar challenge und ja ich mache diese serie noch das ganze gameplay ist auch abgedreht ich möchte aber nicht spoilern ob die serie gescheitert ist am ende oder ob es wirklich geschafft haben das möchte ich wirklich nicht aber allerdings kamen in den letzten wochen einfach so viele krasse glitches und so raus dass ich die serie immer mal wieder hinten angeschoben habe ich will glaube ich seit drei wochen oder so die nächste folge dafür raushauen habe es aber dann entweder vergessen oder es kam was besseres was krasseres also so glitch mäßig raus was ich euch dann sofort zeigen wollte und von daher hat die serie eine kleine pause so aber ich verspreche euch leute alle leute die diese serie gerne gucken diese woche geht es endlich in der serie weiter und dann kommt die serie auch wieder regelmäßig bei mir auf dem kanal dass die serie weitergeht weil viele von euch haben die serie wirklich richtig krass gefeiert und möchten dass diese serie weitergeht da bist du jetzt nicht der einzige der nämlich das schon gefragt hat und ich kann euch wirklich versprechen diese woche geht die serie auf jeden fall weiter die vorletzte frage kommt von die seidebacher und zwar fragt er er hattest du am anfang von deiner youtube laufbahn den hintergedanken mit youtube aufzuhören weil so wenige deine videos angeschaut haben und da muss ich ehrlich sagen nein habe ich nicht ich weiß aber auch noch ganz genau wie es ist wenn man ein video hochlägt und das video hat nach drei tagen immer noch null klicks ich weiß noch ganz genau wie deprimierend es war und wie schade ich es gefunden habe ich habe mir aber auch allerdings damals nicht wirklich großartig mühe gegeben ich habe viel scheiß auf youtube einfach hochgeladen und es hat keine klicks gekriegt weil es scheiße war soll ich ganz ehrlich und ich mache es jetzt irgendwie ein bisschen besser seit februar märz dieses jahres und als ich mir dann auch wirklich richtig viel mühe gegeben habe als ich gutes commentary gebracht habe als ich gutes equipment mir geholt habe und auch wirklich krasses zeug gezeigt habe und nicht einfach nur wahllos irgendeinen scheißdreck hochgeladen habe da ging das auf einmal auch schon von ganz alleine natürlich haben mir einige freunde viel geholfen mein knr zu pushen von i cry mix fifa gold united fraps oder auch matrix her so aber meine ersten 300 abonnenten habe ich ganz ohne push dann bekommen in kurzer zeit so und von daher wenn man wirklich in youtube wirklich herzblut rein steckt dann bekommt man wenigstens ein paar klicks und so war es dann auch schon und ich war über diese paar klicks auf jeden fall riesig happy und habe auch immer weiter gemacht ich hätte nie gedacht dass es mal so ist wie es jetzt ist mit über 3000 abonnenten aber ich würde es auch noch genauso weitermachen wenn ich jetzt nur 100 abonnenten hätte mir ist egal ob viel oder wenig feedback kommt so mir reicht es wenn wenig feedback kommt aber dafür ist das feedback toll und das gibt ihr mir auch und das ist jetzt auch schon seit februar märz so dass die leute mir immer eigentlich gutes feedback gegeben haben seitdem ich mir wirklich viel mühe in diesen videos gebe und viel hier rein stecke so und ich muss auch noch mal eben kurz erwähnen viele von euch haben auch gefragt wie ich zu youtube kam und sowas und dafür habe ich im juli schon mal ein extra video gemacht das video heißt ein jahr world's finest gamer und da gehe ich auf diese fragen ganz genau ein so und lass dieses ganze jahr auch noch mal revue passieren ich verlinke euch dieses video mal unten in der video beschreibung ist wirklich ein saugutes video von mir geworden was ich auch wirklich richtig geil finde und für die leute die es halt noch nicht kennen beziehungsweise die noch nicht so lange bei mir auf dem kanal mit dabei sind von denen würde ich so empfehlen schaut euch das video mal an da werden auf jeden fall auch viele fragen von euch beantwortet die letzte frage kommt von heddy xx und er fragt was war das schlimmste was du erlebt hast ps herzlichen glückwunsch für 3k und ich muss sagen ich habe in meinem leben schon wirklich viel scheiße erlebt das sage ich jetzt hier ganz ehrlich und zwar wirklich sehr viele scheiße ob das mit der polizei zu tun hat so ob das mit schlägereien zu tun hatte oder sonstiges und ich muss aber ehrlich sagen das schlimmste ist wenn angehörige leute die dir nahestehen sterben und das habe ich in meinem leben schon zweimal mitgemacht zuerst war es so dass meine oma gestorben ist und dann war es im letzten jahr so dass mein vater verstorben ist der lange zeit gegen den krebs gekämpft hat und dann halt doch nach drei jahren kampf den kampf gegen den krebs verloren hat und auch er ist nicht einfach so von jetzt auf gleich friedlich gestorben er ist wirklich qualvoll schmerzhaft ist er viel zu jung von uns gegangen und er war gebrechlich hat einem leid getan er konnte nicht mehr sprechen er konnte gar nichts mehr er war zwar komplett geistig anwesend hat leider alles miterlebt was um ihn herum passiert ist und das war würde ich sagen das schlimmste was ich in meinem leben jemals erlebt habe so jemanden den man gern hat zu sehen wie er stirbt und auch schon halt kurz vorher ist und nichts mehr machen kann und einfach warten muss und das ist auf jeden fall definitiv das schlimmste was ich je erlebt habe und das wünsche ich auch meinem schlimmsten erzfeind nicht dass er einmal sowas erleben muss und ich hoffe auch dass ich sowas selber nicht noch einmal in meinem leben erleben muss so leute genug traurig rumgefaselt so ich würde sagen das war es jetzt hier ich mache jetzt hier mit dem video schluss ich mache das video jetzt hier zu ende mich würde es freuen wenn ihr den like button jetzt mal so richtig verprügeln würdet und dem video einen daumen nach oben da lassen könntet und leute ganz ehrlich wenn ihr auch irgendwelche fragen habt fürs nächste faq video ich denke ich mache jetzt mal einmal im monat so ein faq video dann haut einfach unter diesem video hier in die kommentare ein paar fragen rein dann nehme ich die wahrscheinlich dann beim nächsten mal auch dran ich bin wie gesagt auf jeden fall jetzt an dieser stelle einfach mal raus wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut rein und ciao